so wer gewinnert du wenn dann ach doch wenn dann irgendwie gucken ich sag Markus ne ich sag den Riko oder Sven so schön das Pinn des Frauen um die Fliege kriegt dass man eine fette Fliegenklöpfung wahrscheinlich die die Fliegenklöpfung die Fliegenklöpfung die Fliegenklöpfung die Fliegenklöpfung Nein! Nein! Hallo? Aua, Alter! Aua! Meine Ohren! Der war fies! Ich hab schon Kopfschmerzen, Junge! Dann kommt er hier! Ah! Achja, Kevin, ne? Nehm noch rumheulen! Ich heule nicht rum, alles ist gut! Ich bin beide mit Headshots, aber Markus hat uns noch dich! Zwei Treffer! Sven hatte Glück gehabt, dass ich ihn nicht ganz erwischt habe! Er hatte Glück gehabt, dass man das machen! Selbstverständlich, dass alles für ihn ist! Das war nichts selbstverständlich, aber alles gut! Na dann! Wir suchen was! Mal! 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 Oh Gott, nein. Jawohl, einherzhaft. Was war das für ein Fail gerade? Ich habe den Hund erledigt. Sollte ein alter Hund. Ich habe keinen Bock mehr zu reden. Nee, ich habe immer nur geschlagen. Zurecht, du stehst doch drauf. Oh Mann. Doch. Mir wurde körperlich gewollt angetaunt. Verdient, zurecht. Du willst noch mal aus von mir, Kev. Du willst noch mal aus. Ach was? Das nicht, nicht mit dem Kerl. Aber mit seiner Schwester. Ich weiß nicht, ob er die Schwester hat. Die ist gerade im Start. Ich habe nur zwei, die ist nur gerade im Start verreist. Sven, bleib. Sven, bleib. Sven, bleib. Sven. Das war's. oh ich hab doch getroffen sinnlos ich hab doch Vielen Dank. 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 Oh, yeah. That's life. That's life. Yeah. 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 Yeah.